Ein Hallo und herzlich willkommen, ich bin es wieder, Jesse City Brillesauf. Ihr wisst, es kommt eines von den guten Videos. Einmal eine kurze Eilmeldung, weil in wenigen Stunden kommt ein neuer Hotfix. Dann gibt es auch mehr Edelstein-Fragmente, also für alle, die da vielleicht ein bisschen knapp dran sind. Und eine kurze Zusammenfassung über die letzten Hotfixes, Patches aus den letzten Tagen, weil mittlerweile passiert da jeden Tag was. Und vielleicht auch mal ein bisschen eine Performance-Erhebung, beziehungsweise eine Performance-Verbesserung, damit wir nicht immer abstürzen. Zusätzlich startet heute am 29.10. das Halloween-Event. Da hatte ich euch schon ein separates Video gemacht. Reißen wir aber auch nochmal kurz hier an, damit ihr einfach einen guten Überblick habt und wisst, was im Diablo-Universum passiert. Und für alle anderen zwei kleine weitere Hinweise. Diablo 3 hat eine neue Season gestartet, letzten Freitag. Und ganz frisch, wir switchen mal rüber, eiskalt in der Diablo-Video. Schlechte Nachrichten für alle Pass-of-Exile-Spieler. PoE 2, die Alpha, verschiebt sich vom 15. November auf 6. Dezember. Bedeutet also, hier gibt es nochmal einen 3-Wochen-Delay, weil sie wohl Probleme haben mit den Account-Integrationen, mit der Performance und sonstiges. Also ich meine, mittlerweile warten wir schon etwas länger auf PoE 2. Da ist eine kleine Verschiebung auch jederzeit drin und sollte soweit auch kein Problem sein. So, jetzt starten wir gleich mit etwas Lustigen und dann schauen wir uns die News direkt einmal an. Limit gefallener Helden erreicht. Und damit, meine Damen und Herren, damit, meine Damen und Herren, wurde barfuß von einem Gamecrash geholt. Jetzt kriege ich mal ein F in den Chat. Beim sechsten Gamecrash hat das Barfuß nicht mehr überlebt. Ja, und dann sind wir hier munter zurück. Also ob das jetzt lustig war oder nicht, weniger, weil die 20 Stunden Playtime waren natürlich weg. Also ihr könnt ganz kurz die HC-Chars, auch hier eure gefallenen Helden, überprüfen. Da seht ihr auch Spielzeit und sonstiges. Der wurde jetzt 21 Stunden alt. Es haben sehr, sehr viele Leute durch die Gamecrashes gelitten. Also Performance-Patches kommen immer wieder mit den Updates. Da wird auch jetzt wieder ein paar Hotfixes dabei sein. Ein kleiner, aber feiner Hinweis ist es vielleicht, wenn ihr auf den Einstellungen, wir haben hier einfach runtergefahren. Theoretisch von der Hardware wäre alles möglich, aber ich habe jetzt hier alles auf Minimum, alles Raytracing und so, sowieso alles aus. Also alles, was irgendwie das Diablo in seiner Lauffähigkeit beeinflussen könnte, alles auf Minimum. Ansonsten natürlich neueste Treiber, Spiel gescannt, repariert, die ganzen Basics. Also ich habe es mal probiert. Momentan konnte ich 14 Stunden ohne Gamecrash spielen. Hoffen wir einfach auf das Beste und ich hoffe, dass es bei euch einfach prinzipiell etwas stabiler läuft. Kommen wir jetzt aber mal zu ein paar guten Nachrichten. Blizzard hat ja die Materialien schon angehoben per Hotfixes in den letzten paar Tagen. Ja, deswegen sollten euch eigentlich Rohleder, Eisen und so weiter, das sollte euch eigentlich gar nicht mehr ausgehen. Jetzt kommt noch eine Anhebung bei den Edelsteinfragmenten dazu, weil das Ganze ja auch relativ häufig gebraucht wird und auch sehr teuer ist, wenn ihr euch die höherwertigen Edelsteine herstellen möchtet. Ja, da wisst ihr ja, das ist ja relativ expensive hier, weil das kostet ja auch unglaublich viel. Mit Rechtsklick könnte übrigens die Ansicht ändern. Hier kostet das ja 100.000 Fragmente und Gold. Also Gold ist der neue Engpass, zumindest wenn du kein Auktionshaus nutzt und so weiter oder Exploits oder Dupes oder so. Dann ist Gold aktuell der Engpass im Diablo. Und musst dir gucken, wie du rankommst, vor allem nämlich wegen dem Rerollen, weil die Reroll-Kosten, wenn du einen speziellen Wert brauchst, wie wir jetzt zum Beispiel hier beim Ring, dann sind die einfach so schweinehoch. Ich hoffe mal, ihr hattet da ein bisschen mehr Glück, aber wenn du jetzt hier bei dem Ring versuchen, wir Verwundbarkeit zu kriegen, das ist hier ganz unten. Und je weiter es runter geht, umso geringer die Wahrscheinlichkeit theoretisch. Und da kostet halt jeder Roll dann schon 2,8 Millionen. Und du hattest einfach noch nie Glück, dass das dabei war. Da drückst du einmal drauf, drückst du zweimal drauf, drückst du dreimal drauf, bist du fast 10 Millionen Gold los und gerollt, hast du nichts. Ja, bis bei 17. Also Gold als neuer Engpass, ich denke mal, das wird auch noch behoben werden. Da tut sie sicher noch was, weil ich persönlich rechne noch damit, auch die Frage bezüglich Paragon. Wir haben jetzt 193. Ab 250 wird das sehr, sehr elendig, das zu farmen. Sie haben jetzt die XP angehoben in der Pit, kam auch bei Hotfix. Und es wird sicher wieder so ein Gold- und XP-Ereignis geben, jetzt nach Halloween. Ja, Blessing of the Mother oder wie das Ganze hieß, dieser Liliths-Buff, wo du dann einfach nochmal 35% XP for free kriegst. Da machst du dann das Paragon voll. Ja, also nicht jetzt rund um die Uhr grinden, wartet, bis der XP-Buff kommt. Blizzard patcht euch das Spiel eh entgegen. Dann machst du noch die letzten Punkte, dann bist du da mehr oder weniger fein. Damit haben wir die NXP, damit haben wir das hier. Wie gesagt, von den Mats her soll es dann rund laufen. Der Bug mit den prächtigen Funken ist behoben worden, dass der Liliths und so nicht angerechnet wurde, bei den meisten zumindest. Checkt auch nochmal eure Season-Reise, ob ihr da wohl alles abgeholt habt, weil da hat der Hotfix der ein oder andere auch ein bisschen was geändert. Unterhalb sind übrigens alle Hotfixes verlinkt, und zwar wirklich alle. Hier am 29. geht es dann eben weiter. Damit ihr hier die findet, könnt ihr nochmal nachschauen, falls ihr euch fragt, wo was geändert wurde oder Sonstiges. Die Zitadelle ist jetzt auch immer sehr stark in dem Fokus, weil da natürlich viel verpackt ist. Under City wurde eigentlich schon behoben. Das ist da mit denen, wo er die Gegenstände reinlegen kann, das wurde eigentlich schon behoben. Es ging bei mir aber ein, zweimal trotzdem noch leer aus. Also Blizzard meinte ja auch, es ist gar nicht beabsichtigt, dass da immer irgendwie wo was rauskommt. Es kann auch durchaus mal leer ausgehen oder halt einfach nichts rauskommen. Ja, muss man sich anschauen. Also ich hoffe mal, dass es jetzt dann mit den nächsten Hotfixes, es sind über die nächsten zwei Wochen noch einige geplant. Schauen wir mal, das wird noch ein Thema werden, was sich hier, wie gut sich das ausgeht. Also gemeint war das hier, auch wenn ihr hier gefühlt die Sachen nehmt, so wie diese 50 Millionen Gold und dann kriegt ihr gar nicht das, wofür ihr bezahlt habt. Fühlt sich nicht ganz so gut an, würdet ihr jetzt nicht die teuersten Ressourcen da aufwenden, um das Ganze zu spielen. Wichtig oder lustig dürfte dann heute Abend eben das Diablo Halloween Event werden. Und zwar da im Speziellen die Cosmetics, die könnt ihr eh abholen, wenn ihr einfach einloggt. Das ist eh kein Thema. Im Speziellen ist eher das hier, wie das mit den Schreinen gelöst ist und was da passiert. Also ich vermute, die unkreative Variante ist draufklicken und du kriegst einen Buff oder Gold oder Legendaries oder es kommt der Butcher. Die Community Ideen waren, dass du dich in den Butcher verwandelst oder so. Also das sehe ich eher nicht. Dafür sind die ein bisschen zu wenig unkreativ. Aber ich denke mal, jetzt für die letzte Woche der Drops, für die letzte Woche der Mounts, für die letzte Woche generell von dem Vessel of Hatred Release und zu Season 6 ist das auf jeden Fall nochmal ein bisschen eine Auffrischung und sollte auf jeden Fall für den ein oder anderen Fun-Faktor sorgen. Also wundert euch nicht, wenn ihr euch dann am 29.10. in wenigen Stunden halt, je nachdem, wenn ihr das Video guckt, einloggt und wenn alles ein bisschen anders aussieht. Das ist Halloween. Da kommt ihr das mit. Das Ganze läuft genau genommen vom 29.10. bis 1. November. Also hier wirklich ein paar Tage drüber. Die verpassten kosmetischen Items gehen sogar bis 5. November. Also könnt ihr dann später nochmal im Shop schauen, falls ihr gerade unterwegs seid. Und dann sollte das Ganze hier wunderbar abgerundet sein. Die Hotfixes, wie gesagt, wir machen nicht mehr zu jedem Hotfix im Video oder zu jedem Patch, weil wir sammeln die jetzt einfach zusammen, weil das passiert eh alle paar Tage. Damit wurdet ihr wieder upgedatet. Schreibt mir noch in die Kommentare, ob ihr zu Halloween reinschaut, ob das schaurige Erlebnis was für euch ist oder nicht. Ich habe die Hoffnung, dass es ein bisschen für Auffrischung sorgt. Also wir schauen uns das sicherlich an. Lassen wir uns überraschen. Einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.